Wenn ihr mit der kurzen Range of Motion arbeitet, wie meine Frau und ich, meine Frau nimmt das schon 600 Kilo, macht nicht 300 in erwartem gute Schenkel, sondern auch 600, ich versuche jetzt 40 Wiederholungen zu machen, alles darunter, mindestens 450 Kilo müsst ihr nehmen und dann macht von mir aus nur 10 oder 15 Wiederholungen. 2 2 3 4 3 5 5 6 6 6 7 6 7 7 8 8 8 8 9 10 9 10 11 12